Ja! Hast du was zu trinken? Neuralwasser? Oder Tee? Hab ich mir gedacht. Kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Ja. Keine Sorge, ist kein Antrag. Ich brauch nur ein Ort zum Pennen. Wie du meinst? Sex ist grad so weit weg. Gibt's Probleme? Ich mein, wenn ich irgendwas tun kann... Das ist gut. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.